ja freunde und weiter geht es bei the witcher 3 mit dem elften part und zwar im letzten part hatten wir etwas über ciri erfahren zwar nicht allzu viel wer wollte der blutige baron nicht rausrücken nur durch eine gegenleistung und jetzt durchsuchen wir halt mal das zimmer der liebsten um nähere informationen zu erfahren damit wir die guten dann auch mal finden wir uns eilig leben und tod hier gehen die folge dem baron dann wollen wir doch mal mit unserem hexer sind alles durchsuchen das nehmen wir gerne mit hier in der phase wird uns was rotes angezeigt er erwartet sie jederzeit zurück oder auf das so haben wir denn noch irgendwo was interessantes zu finden hier nicht irgendwo muss man auch sein wir nehmen wir noch mal Kleinigkeit mit der hat ja genug hier an der wand dafür ist das bild die größe stimmt haben wir denn sonst noch was hier im zimmer doch da ist doch das bild oder der baron und seine frau sie sehen glücklich aus was ist das wer wohl das loch verborgen hat und was auf der anderen seite ist ja dann gucken wir doch mal in den schrank ein kaputter kerzenleuchter jemand hat ihn gegen die band geschlagen und ist in den schrank durchgebrochen es wird interessant vielleicht gibt es noch mehr kampfspuren mal nach sich kann man das einsammeln kann man das einsammeln noch mehr kampfspuren hier finden wir leider nicht doch hier finden wir noch eine ganze menge geschlagen mit einem schweren gegenstand wein der rest des leuchters und weinflecken jemand hat eine flasche zerschlagen aus Tusson der geruch ist noch da bin gespannt wo er mich hin guckten wir mal genau in das zimmer der tochter genau in das zimmer der tochter wer soll der gestank uns hinführen ich sehe hier aber nichts hä fail hä bin ich gerade ein bisschen durcheinander ah guck mal hier hier müssen wir natürlich durch truhe nämlich gerne mit noch ein bisschen naschwerk sehr gut für energie hier auf fußboden ganz schön hüsslich die puppe das ist eine in die man nadeln steckt um jemandem weh zu tun interessant also eine schwarze magie puppe eine voodoo puppe finden wir denn hier sonst noch was hm weiter hier wird uns nichts angezeigt komisch ich setze doch schon meine hexersinne ein brief an tamara wir sind eher wie eine familie wir unterstützen einander wir helfen uns helfen uns schwere momente durchzustehen und mit der vergangenheit zurecht zu kommen denn eine vergangenheit hat jeder von uns du musst dir also keine gedanken machen dass jemand in deiner herumstochern könnte wir haben eine regel nie mehr erfragen als jemand von selbst preis gibt die vergangenheit zählt nicht bei uns nur die zukunft und unser gemeinsamer kampf gegen das böse und die ähm verderbtheit gegen perversionen und verabscheuungswürdigte praktiken aller art sehr interessant also hier ist definitiv was vorgefallen so viel steht fest das verrät uns auch der brief ich frage mich auch was der schlüssel wohl öffnet was öffnet wohl der schlüssel und wo soll dieser raum sein das würde ich zu gerne mal wissen vielleicht hier nein soweit auch nicht die glüfen nehme ich gerne mit gibt es hier sonst noch wohnraum ich glaube nicht gut gucken wir mal der geruch führt uns runter also noch weiter runter na dann mal los na tatsache ne hä hä muss ich das jetzt verstehen doch noch weiter nach oben halleluja komplex 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 ah wir sollen mit ihm reden ja lesen ist glaubt wer lesen kann ist glaubt vorteil kennst du dieses amulett ja anna trug es seit einiger zeit weißt du woher sie es hatte nein gibt es hexen oder weise frauen in der gegend einen weideler in der nähe von schwarzzweig und eine weise frau in mittel ein aber über die weiß ich nicht viel sie wohnt noch nicht lange dort hätte anna so jemanden gebraucht wäre sie zum weideler gegangen und nicht zu der frau bei fremden war sie vorsichtig ja wir müssen mit dem weideler reden sei gewarnt er ist schwierig angeblich hat er seinen vater als kind mit einer axt erschlagen und ist dann verrückt geworden oha jetzt soll er geister sehen und seine ziegevögel seine hohe nach dem amulett ein ziegenfigur alles klar finde die hütte des weideler glas ja den park machen wir diesmal ein bisschen länger ist ja auch schon wieder dunkel mann und manometer dann mal aber schnell ich lasse mich hier nochmal kurz zusammenflicken was kann ich für dich tun was hast du dann auf lager ja gut gewinnspielen gegen sie tun wir mal ein anderes mal reden wir hier noch mit dem zwerg wie kann ich helfen was hast du ein angebot ansehen ich würde mir gerne dein angebot ansehen ich suche jemanden der mir eine Rüstung in bester Qualität ich bin seit 20 Jahren ich beherrsche das Handwerk wenn ich so sagen darf das würdest du gerne hör nicht auf sie sie ist in letzter Zeit sehr grießgrämig faucht bei jeder Gelegenheit um was für eine Rüstung handelt es sich denn leicht aber stabil sie darf die Bewegung nicht einschränken und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können ist das alles soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen er wird dich frech mein Freund ginge das denn klingt toll kannst du solche Rüstungen anfertigen nein aber wenn du jemanden findest der das kann würde ich ihn gerne kennenlernen du musst eines über Rüstung wissen wenn sie was aushalten soll kann sie nicht leicht sein kann sie schon man braucht nur das richtige Werkzeug dafür Werkzeug wie es die Leute vom Clan Torderroch auf Undwig benutzten Johanna ich hab dir doch gesagt dass du still sein sollst wenn ich mit Kunden rede du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen das ist keine Legende mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undwig machen lassen denn der Clan Torderroch fertigte die besten Rüstungen jedenfalls bis vor einem Jahr bevor der Riese die Insel verwüstete die Bewohner sind geflohen oder gestorben die Schmiede könnte aber noch stehen klingt interessant wenn ich das Werkzeug finde er wird es zu mir dann die Rüstung anfertigen m unter der Bedingung dass du das Werkzeug nur dann alles klar wisst ihr wo die Schmiede ist erwähnen diese Legenden auch wo sich die Schmiede ja auf der Nordseite der Insel der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt um sie zu bauen gut lebt wohl ich suche das Werkzeug wenn ich das nächste Mal ins Gellige lebt wohl ja freunde dann war es das hier auch schon wieder mit dem elften Part und sehen uns dann im zwölften wieder haben schon mal ein paar Spuren wo wir als nächstes hin müssen und zwar zum demes Wald oder bis dann bis dann